Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 6. Oktober Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Johannes 4, Vers 12 Wir alle haben Bilder und Vorstellungen von großen, bedeutenden Leuten. Für Menschenfreunde ist Albert Schweitzer der ganz Große, für künstlerisch Interessierte ist es Picasso Und für alte Preußen überragt Friedrich der Große alle. Wenn nun einer kommt, der größer ist, dann gibt es eine kleine, tief bewegende Revolution in unserem Leben. Dann fallen Werte und stürzen alte Vorstellungen. So ging es jener samaritischen Frau, die in einer heißen Mittagstunde den Herrn Jesus am Brunnen vor dem Stadthort traf. Aus ihren Worten sprechen Schrecken und Verwunderung. Bist du größer als unser Stammvater Jakob, der diesen Brunnengrub und dessen Name bei uns unvergessen ist? Wer mit Jesus in Verbindung kommt, der gerät notwendigerweise an diesem Punkt, wo alle bisherigen Wertmaßstäbe umstürzen und die Frage gestellt wird, bist du größer als alle meine früheren Idealgestalten? Ja, er ist immer größer. Bei der Frau am Brunnen ging es um Wasser. Das Wasser, das Jakob gegraben hatte, war wunderbar frisch. Aber Jesus gibt Lebenswasser, das unsere Seelen lebendig macht. Große Leute haben vielleicht viel getan für die Welt, aber keiner tat so viel wie Jesus, der sein Leben in den Tod gab, und Gott mit der Welt und mit uns zu versöhnen. Und keiner ist so mächtig wie er, dem der Vater alle Gewalt gegeben hat im Himmel und auf Erden. Lass uns unser Leben auf die richtigen Wertmaßstäbe einstellen. Jesus soll uns immer über allen Menschen stehen. Herr Jesus, wir bitten deine Liebe, Macht und Glorie an. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich.